Achtung, dieses Video enthält Satire. Hallo und herzlich willkommen zu einer ersten Runde Rocket League in der Höhe? Achso, wir sind in den laufenden Spiel gejoint anscheinend. Ja. Jo, wahrscheinlich! 9-1! Was ist das für eine Scheiße? Oh fuck. Nein! Bitte kein Tor! Doch. Ups, das war wegen mir. Das war wegen mir. Nein, wegen mir, guck mal. Zum ersten... Doch, wegen mir. Nein, du hast versucht, ihn ja abzuwerben. Auf jeden Fall ist es die erste Rocket League Folge in der... Ha, ich war erster. Warp Elf... Warp Elf Fee, alles klar. Warp Elf Fee, was? Sie sind die Warp Elf Fee. Wären wir noch so heißen. Wären wir noch so heißen. Ja, ich glaub wir heißen noch so. Ähm, in der Warp Elf Fee Resolution. Weil wir wollen... Wir wollen unseren Namen... Eventuell... Und unseren ganzen Zeitplan... Für euch ändern. Wir haben nämlich jetzt... Ach, eben... Scheiß drauf, ey, ich mach jetzt ein Eigentor. Fünf... Fick dich. Ja, wir verlieren so oder so, also... Ja. Guckt euch mein perfektes geiles Eigentor an. Wir haben jetzt... Nämlich... Einen... Sendeplan... Aufm... Aufm Kanal... Aufm Kanal aufgestellt... Oder haben es vor... Wollen das jetzt einführen. So... I believe... I can fly... I believe... Ich glaub wir machen noch eine Runde... Ich glaub wir machen noch eine Runde... Ich glaub wir machen noch eine Runde, ne? Ich glaub wir machen noch eine Runde, ne? Jo, bis gleich. Ne, 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 wir bleiben einfach mal drin und labern ein bisschen darüber. Ähm... Auf jeden Fall... Ist es die... Haben wir ein... Vor allem... Neuen Kanal... Dings... Also... Ein Sendeplan aufzustellen... Alles zu ändern, alles zu ändern... Wir ändern einfach alles. Ein... Auf jeden Fall erstmal einen Sendeplan aufzustellen... Der würde lauten, dass Montag... Minecraft kommt... Dienstag kommt dann... Bis jetzt erstmal nicht... Meintag... Wir können das Meintag nennen... Mein Monday... Oder... Mon Minday... Mal gucken... Wir überlegen uns da was... Dienstag kommt auf jeden Fall dann erstmal nix... Dann kommt Mittwochs... Rocket League... Oh, das ist jetzt ne neue Map... Ja... Das ist jetzt ne neue Map... Dann kommt Mittwochs... Rocket League... Donnerstags kommt... Oh, das Tor ist geil! Guck dir mal das Tor an! WTF?! Donnerstags kommt dann erstmal... Nichts... Sind wir eigentlich rot? Ja, ne? Was? Ja, wir sind rot... Rot... Beziehungsweise... Orange... Und dann kommt... Donnerstags erstmal nichts... Das Tor erregt mich, ey... Ey... Ich mein jetzt... Alles klar, Davidee! Wir wissen Bescheid! Also nein, das Tor finde ich geil! Coolgeil! Davidee, wir wissen Bescheid! Davidee ist der Tor angetört vom Tor! Nein! Hehehe... 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 Oh, ich bin geil... Ich bin geil... Ich bin geil von deinem... Ne... Am Freitag... Wir nennen es den... Nennen es den... Free Friday... Das heißt... Da kommt ein Video... Wo wir drauf Bock haben, es aufzunehmen... Das heißt... Mal kommt dann eventuell Minecraft Minigames... Vielleicht kommt dann auch mal Minecraft Season... Vielleicht kommt dann auch mal AC oder Rocket League... oder ne Loks Test... Halt das worauf wir Bock haben... Haben vielleicht... Kommt... Wir dann irgendwann auch mal dahin, dass nochmal ein Vlog kommt... Und bei dem hat die gerade ganz viele Geräusche im Montag rund... Ja, aber... Ja, mein Vater und mein Bruder essen zum Abendbrot... Und da... Gucken wir immer deren Serie... Ich hoffe, dass das nicht so schlimm ist für euch... Und auf jeden Fall... Der Samstag ist dann der... Da kommt dann... SSS spielt Black Flag... Gar nichts? Ne, ich dachte Sonntag... Nein... Ach stimmt... Ja, Samstag... Sonntag kommt dann erstmal bis jetzt nichts... Das kann sich... Wie gesagt... Nein! Was heißt es wie gesagt... Das kann sich alles noch ändern... Je nach Belieben und wie wir Bock drauf haben... Ich sag mal jetzt... Wow! Alter, ich stehe da einfach nur so rum... Plötzlich sehe ich ne existierende Außen vor mir... Ja... Ich hab... Ich hab einen mit nem Ball... Mit dem Ball zerstört... Also... Ich hab den Ball gekickt... Und wenn der nicht davor gestanden hätte... Wäre es sogar ein Tor gewesen... Und ja... Das ist jetzt... Ja, jetzt mir die Schuld geben... Oh, das wär ein geiles Tor gewesen... Das ist jetzt erstmal... So der bis jetzige... Nice... Hä? Das war gar nicht mein Tor... Ich hab einfach Nitro geholt... Guck mal... Das war gar nicht mein Tor... Ich hol einfach Nitro... Auf jeden Fall... Das ist der Sendeplan... Der bis jetzt steht... Und wahrscheinlich heißen wir dann auch anders... Weil wir überlegen uns nochmal unseren... Eventuell... Ja... Wir überlegen uns vielleicht unseren Namen zu erinnern... Ihr könnt ja ein paar Namensvorschläge in die Kommentare schreiben... Vielleicht hat jeder ein Glück... Und... Wir heißen dann plötzlich so wie ihr wollt... I believe I can fly... I believe I can ficky... Oh... Oh nein... Hey... Warum ich kann mich gar nicht so viel rumschreien... Ja mach doch einfach... Wenn die den Fernseher so laut auftreten dürfen... Das es doch so rumschreien ganz einfach... Genau... Ich weiß nicht... Ich weiß nicht... Ey... Weil ich dir gerade den Ball weggenommen habe, das klingt so, als ob wir so kleine Kinder, weil ich ging, ja, ja, ich will den Ball weggenommen, ja, ich sag gleich jetzt Mama, nein, du Pette, Pette, ich hol gleich, ich hol gleich meine Brüder, ey, ich sag dir gleich, ich hol dir gleich meine ganzen Cousins, Mama, ich hol gleich meine vier Onkels, ey, Nee, nee, ich hab wirklich vier Onkels, ne, vier Onkels? Ja. Ich hab nur vier Onkel. Ja, vier, ja, okay, ich hab vier böse Onkels. Onkels, warum Onkels? Kennst du nicht böse Onkels, das ist so eine Rocker-Gang, so eine Rocker-Gang. Mein Tor! Kein Tor. Oh, ich dachte, ich mach da noch so ein Tor an. Oh, 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 oh. Auf jeden Fall. Und- Ja, sofort. Ich hab nämlich, äh, noch eine Minute lang dauert noch das Spiel. Ich bin grad mitten in der Aufnahme, deswegen könntest du das Spiel jetzt auch nicht einfach äh... Also halt einfach deine Fresse! Was ist? Also halt einfach deine Fresse! Jaaa! Und ich und nicht meine ganzen Cousins! Nichts gegen Leute die Cousins haben, nur mal kurz... Nichts gegen Eichen! Nichts gegen Eichen! Genau, nichts gegen Eichen! Oh, da hat ihn jetzt aber grad richtig genutscht, ey! Oh, Nazi! Oh ne, das kann man jetzt von Nazi abwenden! Was kann man von Nazi abwenden? Ich glaub, ich wollt Nazi, Nazi... I'm a wolf! Also halt das von... Natzen! Oh Gott! Also die Kinderversion, aber das wär dann nicht mehr Kinder... Es könnte jetzt sein, dass vor dem Video steht, dieses Video enthält Satire... Ähm... Wir hoffen, dass es euch gefallen hat... Lieber Autoball-Freunde! Genau, ich glaub, das hab ich diesmal bei der Ansage sogar vergessen! Nein, hast du nicht! Okay, gut! Das wird jeden Mittwoch jetzt die Ansage von uns sein! Ja... Da... Davidee, wie heißt der komische Mickey Mauser dann nochmal? Äh... Okay, alles klar! Das ist ein DJ! Äh... Okay... Sonst enthält das Video noch satireische Ausdrücke! Oh, die Hübsen! Was, nein, Sven! Okay... Äh... 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 Ich glaub schon grad der Musik... Okay, das war's jetzt mein Oh! Ich will sagen Tschüss, Tschüss! Und Küsschen, Küsschen! Äh... 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 Tschüss! Äh... Tschüss!